Der Konstantin links, der Christoph in der Mitte und der Christian rechts sind bereits geübte Street-Workoutler. Ihr Lieben, erzählt doch bitte mal, was hier auf dem Platz für Geräte hin sollen. Lieber Konstantin, was soll hier hin? Es soll eine Reckanlage hin, eine Parallelbahn und eine Schlangenleiter. Schlangenleiter. Was macht man mit einer Schlangenleiter, Christoph? Mit einem Schlangenleiter kann man Verschiedenes dran machen, je nachdem, wie die angebracht wird. Die Human Flag oder eben einfach hangeln und daran die Planche machen zum Beispiel. Ich verstehe im Moment eigentlich nur Bahnhof, ich bin aber auch nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe sind junge Leute in Lea Heide wie der Christian, so 17, 18, 19, 20 und ein bisschen drüber. Christian, wofür ist Street-Workout? Für wen und warum? Ja, Street-Workout ist für Leute, die zum Beispiel kein Geld für ein Fitnessstudio haben oder einfach lieber Training und Sport an der frischen Luft machen möchten. Die Zielgruppe ist halt, ich würde sagen, von jungen Erleutnern bis zu jungen Erwachsenen. Also, und wann soll das Teil hier stehen? Wann soll die Anlage fertig sein? Am besten gestern, aber zum Ende des Jahres ist eine realistische Einschätzung. Schafft ihr das dann nochmal rauf auf die Mauer? Eins, zwei, drei, rauf und... Kinderspiel. Danke. Danke.